Freut mich, dass du streamst. Ich hoffe bloß, ich kann die Streams dann immer nochmal verfolgen auf dem Odyssey-Kanal, wenn ich mal mit den Folgen soweit bin. Aber hallo, ja natürlich. Also auf jeden Fall, du bist ja noch einer, der auf meinem alten YouTube-Kanal guckt und das geht dann natürlich auch nahtlos über in den Odyssey-Kanal. Und die Streams, auch wie den letzten Stream, da habe ich so Filetstücke gemacht, immer so eine halbe Stunde und die sind dann auch auf dem Odyssey-Kanal. Bis zum nächsten Mal.